So, hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen heute Montagabend die Auflösung von dem Gamma-Container-Giveaway. Das haben ja wieder viele mitgemacht. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch speziell alle, denen einen Daumen hoch gegeben haben. Haben ja nicht alle gemacht, aber auf jeden Fall für die, die es gemacht haben, vielen Dank. Oder auch für alle, die in Kommentar da gelassen haben, auch vielen Dank und für das weiterhin Supporten. Ja, hier ist der Gamma-Container. Gewonnen hat Paruka, also Paruka, wie auch immer man das ausspricht. Ich habe unter seinem Kommentar kommentiert, dass er gewonnen hat. Bitte einmal antworten, dann machen wir einen Termin aus, wo wir uns im TS treffen und dann eben die Übergabe machen. Ist ja auf jeden Fall einfach zu machen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr Giveaways sehen wollt. Wir haben jetzt noch für die nächsten Giveaways einmal ein Factory Key und noch einmal eine CD-Version. Also die ist nicht CD-Version, aber eine Standard Key für Escape from Tarkov. Für alle, die es vielleicht noch nicht haben und das mal probieren möchten, hätte ich noch einen Code zu verlosen und einen Factory Key. Schreibt in die Kommentare, was ihr lieber als erstes hättet. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Für alle, die jetzt noch nicht durch das Video auf den Kanal gekommen sind, lasst ein Abo da, um kein weiteres Giveaway zu verpassen. Schaut natürlich auch auf die anderen Videos ran. Mein Bruder macht fleißig die Quest-Videos. Es sind auch immer relativ viel Arbeit, aber eben so verpackt, dass ihr dann einfach im Prinzip gucken könnt, okay, was muss ich bei den Quests nochmal machen. Und natürlich schaut auch bei den anderen Videos rein. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020